Mein Name ist Tanja Kellermann, ich bin 16 Jahre alt, komme aus Albandorf und mache eine Lehre aus Immobilienkauffrau. Ich unterstütze die Makler bei Gestalten von Exposés, nehme die Kundendaten ins EDV-System auf, sende Objektunterlagen an die Interessenten und manchmal darf ich halt den Außendienst mitfahren. Wichtig sind EDV-Kenntnisse und geografische Kenntnisse. Man muss immer wissen, wo das Haus ist und wenn der Kunde was will, sollte man genau wissen, welche Umgebung das ist. Später mache ich erfolgreicher, motivierter Immobilienmakler werden. Lebe dein Talent. Dieses Berufsporträt widmete Ihnen die WKO Oberösterreich.